Ja, meine Freunde und Damen und Herren, ein herzliches Willkommen mal wieder zu Battlefield 4. Da ich absolut nicht weiß, was ich zur Zeit aufnehmen soll, habe ich mir gedacht, bevor ihr überhaupt nichts mehr bekommt, ach komm, extra für euch, extra für die Aufnahme nehme ich jetzt mal für einen 100% Boost, habe ich mir gedacht, okay, dann mal lieber eine Runde Battlefield mit 3200 Tickets und ja, mal gucken, was uns erwartet, ne? Und los geht's. Wenn ihr irgendwas im Hintergrund rauschen hört, dann ist es der Ventilator, denn wir haben hier in Düsseldorf noch unschlagbare 19 Grad. Und das so um 10 vor 2. Na ja. Und das Anfang August. Na ja, okay. Hey, ich sehe ja jetzt erst, dass ich eben kein Squad bin. Die nehmen uns Dings weg. Uh, 1-0! Scheiße. Aber jetzt kann ich wenigstens das Squad wechseln. Team Setup. Oh, okay, dann gehe ich Hotel. Da haben wir wenigstens 3. Mit mir zumindestens. Was von... Oh! Sind wir wenige! Ach, du Heilige! Der Server war gerade eben noch voll. Ah! Hoffentlich kommen dann gleich noch mehr. Was habe ich denn jetzt? Äh, 2-2. 2-2. Ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst! Ich hasse es, wenn man gemucht wird. Na, super, Ingo! Warum soll ich... Warum bin ich jetzt mit dem Gegnerteam in... Äh... Es ist doch zum Kotzen. Hey, C wird erobert. Ob es das irgendwas gebracht hat? Ich glaube eher weniger, ne? Ich wollte ja eigentlich die letzten Tage schon aufgenommen haben, aber... Da ich in der letzten Zeit sowas von müde und kaputt war... Ging das leider nicht. So, meine Freunde, ich bin bei B. Wo seid ihr? Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier. Hoffentlich kommen dann gleich noch mal Leute rein, ey. Ansonsten wird das ja langweilig. Was habe ich denn? 2-4. Ach, du Scheiße. Oh, oh. Woher wusste der ganz genau, wo ich bin? Und gib mir dann auch noch direkt einen Headshot. Na, natürlich! Oh. Also entweder ist der Server am Lacken oder der ist am Lacken. Da stand doch gerade noch einer von uns! Du Dreck-Sacke! hier ist definitiv mehr als nur eine person auch dieser klaus schon wieder super 3 zu 7 oh mein gott das kann ja was geben das wird mir mal richtig eiter werden äh heiter werden auch kommt schon da war einer also manche leute sind echt fragwürdig 6 gegen 6 eigentlich heißt es ohne b bei zehn gegen zehn kann ich noch leute hier rein sparen das wäre echt nice gott sei dank den habe ich aus der entfernung mit einer pump gun du mich auch haben wir denn jetzt 5 zu 9 oh mein gott ja 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 Ich will hier weg! Na, zeig dich! Hahaha! Läuft! Shit! Schon wieder nur noch 16% Leben, ey! Nein, korrigieren, Null! 1% Gesundheit! Ja, du mich auch! Dupui! Dupui! Ich jansen kräftig! Von hinten! Hm! Meine KD sieht gar nicht gut aus, 7-11! Ja, du mich auch, ey! Ja, ganz kräftig, ey! Richtig kräftig kannst du mich, ey! Hahaha! Och Gottchen, ey! Halt die Klappe! Mann, ich bin mich ja am unterhalten! Hahaha! Ich brech die Aufnahme mal eben ab und guck mal, ob welchen Server ich noch gehe! Hahaha! Also bis gleich! Sudele! Da bin ich wieder! Äh! Hat mich gerade noch nicht mal eine Minute gedauert, bis ich einen neuen Server gefunden habe, wo jetzt mit mir laut der letzten Angabe 43 Leute drin sind! Ist also vollkommen in Ordnung, ja, 22, 21, das geht vollkommen klar! Äh, ne, wir müssen ja wenn dann zu... Ah! Wo ist meine Waffe? Hallo? Ich will meine Waffe! Danke! Oh, ich schätze mal, oder hoffe mal, dass hier wenigstens ein bisschen mehr los ist! Alter, von wo, von wo, von wo?! A wird schon wieder, Herr Robert! Geh mal weg da! Hälber! 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 Scheiße, Brandgranaten! Geht ja schon gut los! 0-1! Hello! Hälber! 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 inm karaoke, Los! Gäbber! Ich bin Club Leader natürlich! Natürlich. Man sollte vielleicht einmal die Tür treffen, beziehungsweise den Eingang. Da scheinen viele zu sein. Weg da! Oh Gott! Hilfe! Haben die es irgendwie auf mich abgesehen? 0 zu 2? Ach, ich wollte doch das Team wechseln. Äh, Squad wechseln. Hier ist definitiv mehr los als auf dem anderen Server. Alter, 0 zu 3! Gib es das denn? Das gibt's doch nicht, ey. So, jetzt aber. Team-Setup. Die sind alle voll! Ne, da in Alpha kann ich rein. Jot sei Dank! So weit kommt das hier noch, ne? Vorsicht, da ist doch einer hochgelaufen! 2 sogar! Voll der Amokläufer hier! So, ich hab ja, ab 7 Uhr hab ich erst mal drei Tage frei, das heißt, äh, ich... Die Porsche packen! Ach, nicht schon wieder! Nein! Könnt ihr nicht einfach mal, äh, in... Das ist ja noch. Bitte haltet doch einfach mal eure Klappe! Ich will hier in Ruhe zocken! Oh, den hab ich mitgenommen! Krass! Äh, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, äh, drei Tage frei! Und, boah, heute Abend krieg ich höchstwahrscheinlich Besuch! Am Dienstagabend bin ich höchstwahrscheinlich wieder bei meinem Arbeitskollegen, um mit ihm Assassin's Creed 3 aufzunehmen. Aber das steht noch nicht hundertprozentig fest. Es kommt drauf an, wie lange wir heute Abend machen, da ist einer. Wo seid ihr? Da unten! Ne, da ist kein Schwein! Äh, ja, am Montag... Ach, am Mittwoch könnte ich dann... Äh... Eventuell mal weitermachen mit, äh, GTA 5, beziehungsweise mal wieder ganz komplett neu anfangen. Weil wegen dieser blöden GEMA wurde das eine Video gesperrt! Ach du Scheiße! Auf jeden Fall ist hier wenigstens mehr los. Gott sei Dank! Hey, die nehmen uns A weg! Das dürfen die aber nicht! Das dürfen die aber nicht! Hier von wo, von wo... Wo sind die? Hier nicht! Einen hab ich mitgenommen! Hello! Da ist der Zweite! Noch jemand ohne Fahrschein? Ach, den hab ich nur gehittet, schade. Den hab ich auch nur gehittet, Mann! Ich bin weg hier! Ich bin weg hier! Natürlich! Als ob! Dankeschön! Okay, ich bin weg! Aber jetzt ist hier irgendwo Moni... Tatsache! Coole Sache! Schwer, nur gehittet, ey, das ist zu kotzen. Nein! Es ist schon fragwürdig, ich mache extra Einzelschuss oder mehr? Wo sind wir denn hier? Achso, hier, okay. Warum hitte ich die denn nur? Alter, von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Mami, Mami, Mami! Tata, 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 was haben wir denn? 9 zu 8? Ich habe ja zur Zeit eine Plus-KD. Naja, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das sich in eine Minus-KD umwandelt. Lange kann das definitiv nicht mehr dauern. Autsch! Ich bin weg hier. Ach, da hat sich auch einer versteckt. Ah, der ist jetzt eh tot. Gut. Habe ich immer noch Plus-Eins, ne? Jo, 10, 9. Läuft. Nicht, dass das eine übermäßig geile Statistik ist. Aber auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als sonst. Ach. 11, 10. 12, 10, 10. Heilige Maggele. 23, 21, 42. 23, 24, 25. Hat der ein Schwein dir, Drecksack? Zeig dich, du Hammel! Du Hamlet! Nein! Ich bin schon weg hier, ich bin schon weg hier, ich bin schon weg hier! Kuckuck! Vorsicht! Was haben wir? 12, 11! Im Moment halte ich mich bei plus 1! Mit dem Bogen würde ich ja auch gerne mal schießen! Einfach mal um den... Jaaaaaaah! Scheiße! Nein! Du dämliche, dämliche! Ich wollte einmal mit dem schießen! Mann! Könnt ihr mal aufhören? Das ist doch nicht mehr fair! Ich wollte einmal mit dem schießen! Hilfe! 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 Hier ist keiner! Und hier? Auch nicht! Dann kann es ja nur hier sein! Hier sind sie aber auch nichts! Dann sind sie hier! Ja! Hat einer... Medi? Ja Mann! Hab ich den da noch mitgenommen! Geil! Aber ich brauch langsam mal... Muni... Äh... Medi! 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 Ah, mein Nasr, eh? Natürlich, hättest du wohl gern, ne? Was haben wir jetzt? 15 zu 13! Hello! Nun gut. Gut. Ich muss leider Gottes wieder mit Fraps aufnehmen, weil irgendwie hat Shadowplay ein Problem. Ah, 15, 14. Ich kann Shadowplay gar nicht mehr starten, warum auch immer. Und X-Split, wo ich mit dem Holger drüber aufnehme, mit meinem Arbeitskollegen. Autsch, du Drecksackmann! Drecksackmann! Äh, verträgt sich nicht mit, ähm, Origin. Was heißt? Ich kann nur noch... Iwa! Ich kann nur noch Dings nehmen. Äh, Fraps. Ich will's ja auch nicht, aber... Naja. Da unten... Da... Habt ihr das gerade gesehen? Der Gegner stand genau da bei den... Den gegnerischen Reihen... Und keiner hat den gesehen. Krass. Oh, Charly. Wunderbar. Oh, Charly. Wunderbar. Einen hab ich mitgenommen. Einen hab ich mitgenommen. 17 zu 15. Waa! Hilfe, 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 Hilfe! Das war jetzt aber purer Reflex, äh. Du wurdest befördert, Level 68! Ach, du Scheiße, wie viel kommen denn da hoch? Holy shit! 19 zu 16. Freunde, ich habe eine Plus-Karte. Fragt sich nur noch, für wie lange ich eine Plus-Karte habe. Mehr sag ich dazu jetzt mal nicht. Hehehehehehe. Oh, 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 oh. Wie viele Gegner habe ich hier? Ausrüstung zerstört. Wenigstens konnte ich dazu beitragen, dass die Ausrüstung zerstört wurde. Oh, 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 oh. Nein! Ich muss hier raus. Natürlich! 20 zu 18, jetzt geht es wieder bergab. Ja, wie weit denn noch? Ja, wie weit denn noch? Ich hasse diese blöde Blende-Granaten. Man kann nichts sehen! Man kann einfach jetzt nur noch stehen bleiben. Danke. Danke. Klar, meine Panzerforce wurden natürlich nicht mehr abgefeuert. Okay. Das ist nicht nett. Nicht nett. Sag ich euch! Boah, das ist das Kack, wenn man nichts sehen kann. Ich habe nur eine Feuerschutzhilfe gekriegt. Wo bin ich hier? Was habe ich denn? Da, 20, 18. 20, 19. 20, 19. Nicht, dass ich das gerade mit Absicht mache, nein. Weiß Gott nicht. 2020! 2020! 2020! 2020! 2020! Ist mir jetzt aber auch egal, ob ich die ganzen Da ist keiner Ich hitte den, natürlich Ich kann nie 2021, nee, 21, 21 Geht doch Scheint ja das Klar, mit einer Pumpgun Mit einer Pumpgun Natürlich Von wo werde ich denn jetzt beschossen? Das waren doch gerade eben meine Jungs Wo sind die denn jetzt alle? Ah, je, mini Es kann ja noch heiter werden Was suchen die denn alle hier? Die sollen sich mal nach hinten verpinkeln Zu C Wo sie hingehören Und nicht zu A Den hab ich mitgenommen Ha, ha, ha Oh, oh, oh 25, 23 Oh, 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 oh Aber es tut sich hier auf War doch so klar, dass wir C wieder verlieren Und nicht zu Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Man braucht einfach nur noch seinen Kopf rauszustecken und schon wirst du beschossen. Ich sag dazu gar nichts mehr. Du bist so mutig. Von wo denn jetzt? Alter, was habe ich denn für ein Team, dass die keinen den Arsch freihalten? Entschuldigung, wenn ich mich da gerade ein bisschen drüber aufrege, aber... Dank denen ist jetzt meine KD total im Arsch. War der nicht hier? Nein. Oh, viel zu hoch. Gehittet habe ich. Ich glaube, ich habe einen. Ja, ich habe einen. Lol. Gerade mal komplett blind geschossen. Kommen wir hier nicht rein? Hier kann man mal rein. Ach, hier ist der Eingang. Lol. Der war nice, der Move. Der war mal richtig nice. Aber ihr habt ja jetzt, glaube ich, zwei oder drei... ...habe ich gerade eben weggeholt. Der war mal richtig nice, der Move. Wann schießt ihr eigentlich immer dahin? Da ist doch kein Schwein. Ah, wird schon wieder erobert. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du hast auch ein hundertprozentiges Ende mit deiner Saiga. Ja, natürlich. Also, bei manchen Gamern ist es mehr als offensichtlich, dass die hacken. Da. Das ist doch nicht zu fassen. Boah, Karnickel geht von der Bewegungsanlage weg da. 29, 29. So viel zum Thema... ...plus KD. Wie willst du mich denn von da aus treffen? Da ist so ein ganz dicker, fetter Container, den man ja komischerweise nicht zerstören kann. Hond. ... ... ... ... ... ... ... Hab ich dich Ne 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 Von hinten Voll die Amokläufer hier Na 30 zu 32 Da ist die Minus KD Herzlichen Glückwunsch Kann doch nicht wahr sein Klar du kriegst ne Panzerfaust in die Fresse Und du überlebst das Oh Gott Hauptsache immer mehr schön mit der A-Bast schießen Das bringt doch nichts Boah ich komm gleich mit meiner Panzerfaust da raus Und dann kriegt ihr Dann gibt's heute Abend Hasen Kann Niklasenbraten zum Futtern Oh hey Scheibenkleister. Unglaublich. Ups. 31, 33. Alter. Haha, ich laufe von der einen Falle in die andere Falle. Wie geil. Alles Camper hier, das gibt's doch gar nicht. Tja, jetzt hat man uns gut eingekesselt hier. Wir müssen uns irgendwie wieder befreien. Hä? 32 zu 35. Ist doch nicht wahr. Lernt mal zielen. Hatte. X. Entfernen. Soα. Jetzt wo man mal eine Nuke gebrauchen könnte, kommt keine. Wenn man aber bei B ist, also hier, kommt am Laufenwand Nuke. Also diesen Unterschied müsst ihr mir mal bitte verraten. Ach ja, da war ja was. Okay, Zeit für Aufklärung. Alle haben sie hier, Sniper. So, Nummer 1. Nummer 2. Es ist gerade richtig schön, dass ihr dabei seid. Dann seht ihr wenigstens, dass ich nicht am hacken bin. Oh, super. Ja, ich versuche aber heute am Nachmittag im Laufe des Tages auch nochmal ein bisschen was aufzunehmen. Nur weiß ich absolut nicht was. Ja, du triffst mich mit der SKS aus der Entfernung. Hello. Du bist es. Das ist doch nicht zu passen. Was haben wir? Wow. 35 zu 40. Fuck. Fuck. Wie soll man bei sowas denn bitte noch eine anständige KD hinkriegen? Kann mir das mal bitte einer verraten? Kaum bist du gespawnt und schon bist du fast wieder tot. Schon wieder nur 7% Leben. Das ist doch nicht zu fassen. Gibt's hier nirgendwo mal Medi. Oh, wir haben nur noch 222 Tickets. Na, hello. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine? Man spawnt und ist direkt instant wieder tot. Da vergeht einem echt die Lust. Wie soll man bei sowas bitte eine ordentliche KD hinkriegen? Sehr schön. Sehr schön. Natürlich. Es tut mir ja auch leid, dass ich mich darüber jetzt so ein bisschen aufrege. Aber ganz ehrlich wenn man eine Nuke gebrauchen könnte, dann kommt keine. Aber wo man keine Nuke braucht, kommen sie. Wie im Kampf gefallen. Hä? Wie so im Kampf gefallen. Verarschen? Warum? Ich hab mich so lange mit einer Plus-KD gehalten. Hä? Wieso im Kampf gefallen? Wieso? Da war kein Schwein, da war gar nichts. Ah, wir haben jetzt eh verloren. Brauche ich auch nie mehr zu spawnen. 36 zu 47. Ach guck mal, im Kampf gefallen wird sowieso auch noch als Verlust gewertet. Na nett. Warum? Wieso? Weshalb? fragt mich nicht. Fragt mich nicht. Tages noch aufnehme oder nicht aufnehme oder was auch immer. Also haltet die Ohren steif. Wir sehen und hören uns. Definitiv. Also bis dann. Tschüss.